Wo sind wir denn hier? Noro? Sei mal los? Noro? Wie du es? Ja, hallo. Du bist aus der Sache, hi! Hä? Zu schlagen. Wo sind wir hier? Was ist das für ein Geräusch? Au! Ja, jetzt wird... Oh oh. Siehst du das? Ist das... Das ist doch der Zero Point. Ja. Sollte der nicht nur in Fortnite sein? Aber was macht der hier? Ist das jetzt eine neue Dimension? Ich bin gerade in mein Fort. Mein Fort. Nein. Ich glaube, es ist eine neue Realität von dem oder so. Keine Ahnung. Oh. Guck dir das mal an. Nur eins. Lila. Mal gucken, was ist das? Ich jag das mir einfach rein. Oh. Und? Ich kriege extra Herzen. Ich... Ich glaube auch. WTF, warum ist das so schnell? Das ist sehr... Mehr als nur merkwürdig. Ey, hier kommen wir da raus. Oh lol. Guck dir das mal an. Was sind die Items? Items? Entweder hat er uns die gegeben. Ja, jetzt. Auch noch ein Schwert. Komm nicht dran noch. Scheiße. Hey, du hast mein Ding aufgesucht. Danke. Scheiße. WTF, wie... Scheiße. Vielleicht... Das wird er uns nicht böse nehmen. Denke ich mal. Äh. Äh. Müssen wir alles jetzt haben. Äh. Okay, was ist das hier? Würde ich auch gerne wissen. Kann's anziehen. Achso, du meinst dieses Ding hier. Ja, ja. Ich kann irgendwas drücken. Warte mal. Ja, ich auch. Sieht voll cool aus. Warte mal. LOL. Was zur Hölle? Ich hab einen Umhang. Warum hab ich einen Umhang und du nicht? Weiß ich nicht. Unfair. Dafür töd ich dich. Hey. Hab das nur mit Schaden gemacht? Guck dir das mal an. Nö, nö. Ich kann ja aufheben. Hi. Unfair. WIIII. Hä, wo sind wir hier? Oh, hier ist ein Dorf. Und warum fehlt das Dach da? Da war wohl ein Donner eingeschlagen oder so. Donner schlägt nicht ein, der Blut schlägt ein, der Donner ist ein Geräusch. Ich meine nur. Was kann eigentlich dieser Anzug? Hallo, bleib mal stehen. Es fühlt sich was auf. Ö. Aber was fühlt sich auf? Ach, da. Joll. Ah, Hilfe. Reicht doch. Reicht. Hilfe. Bin ich. Hast du mich gerade runtergestoßen? Ich bin drin. Wie, du bist drin? Geschafft? Ich hab's geschafft mit meinem. Alter. Sieht irgendwie krass aus. Hier hat er auf jeden Fall... Uuuuh. Mh, Memo. Meins. Warte, ich bin gleich da. Oh, scheiße. Oh, schillig. Also ich hab mich reingegraben, ne? Ja. Hier war nix von Bedeutung. Digga, was war da? Nix, nix, alles gut. Ja, hier war ein Schild. Beruhig dich mal. Macht 6 Attack Damage. Das andere Schild? Macht 10. Wie möchtest du das? Captain America, Alter. Jetzt hast du dir. Ich gebe mir das für 6. Okay, kriegst du. Hier, bitteschön. Okay. Ah, scheiße. Okay. Aber wo sind wir jetzt hier? Und was wollen wir hier? Ähm. Ach, by the way, warst du nicht vorhin noch ein Dämon? Stimmt. Hä? Sieht aber nicht mehr so aus. Ja, anscheinend. Ey! Aber was soll ich das für eine Kugel oder wie ein Kasten sein? Ganz ehrlich. Sieht mir aus wie dunkle Materie oder sowas. Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Portal in der Mitte. Ja, das könnte sein. Auf jeden Fall. Und der Baum sieht auch ziemlich krank aus, würde ich mal sagen. Der ist bläulich. Wie aus der Geisterwelt. Könnte das sein, dass wir aus der Geisterwelt hierher teleportiert wohnen von Pot, äh, von Zero Point? Achso, dein Schwert. Ah, schlatsch. Na, cool. Auf jeden Fall. Entweder müssen wir das brechen, also diese Kuppel hier, durch irgendeinen Zauber. Also jedenfalls, ich sag mir, das sieht mir so aus, das wäre jetzt irgendwie so eine Art Fluch oder sowas, der da drauf ist. sodass der Zero Point wieder das Portal aktivieren kann, denke ich mal, jedenfalls. Wollen wir denn irgendwie was nachgucken, wie wir das machen oder überhaupt rausfinden, wie wir das machen sollen? Ja, ähm, warte mal, in Ghost hast du aber nicht so ein Portal gesehen, oder? Doch. Tatsache doch. Als ich dort gestrandet bin. Und du weißt aber nicht, wie man es entzündet, oder? Nein. Aber ich glaube, das macht das, macht das Zero Point. Oder eher sein, sein Anfang, weil das sieht mir eher weniger aus, das sieht mir eher aus wie so ein Kern vom Zero Point oder so. Hm. Bist du es einfach hochgeflogen, während ich hier mühsam hochgesprungen bin? Ja. Finde ich nicht so korrekt von dir. Also, hier eintauchen kann man jetzt nicht. Also, ich würde eher sagen, dass es so ein Kern ist vom Zero Point. Ja. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal eine Aufgabe überlegen. Ja, ich würde sagen, wir suchen uns erstmal irgendwo oder bauen uns erstmal eine Hütte. Irgendwo. Also, hier in der Nähe auf jeden Fall. Ja, nein, nein. Ich würde auf jeden Fall nicht hier im Dorf bleiben, weil das sieht mir eher so ausgestorben aus wie, keine Ahnung was, ein Friedhof. Ja, warte, dann hole ich erstmal Steinzeug. Ja, Baum, äh, nee, nee, lass mal erstmal weitergehen und gucken, wo wir hier noch vielleicht was finden könnten. Das ist zum Beispiel, hier habe ich eine kleine Insel, hier können wir, können wir unser Haus aufschlagen, so, ne? Haben wir das Dorf im Blick und wenn ich mal die Rain-Assistenz ein bisschen hochschraube, auch die, äh, den Zero Point im Sichtfeld, oder? Na gut. So, okay. Ich mach mir mal, äh, eine Axt dann. Mhm. Äh, das war's mit der heutigen Folge Minecraft Ghost. Ich, wir wissen beide überhaupt nicht, warum wir hier in diese Welt gekommen sind und, äh, ja, wir wollen natürlich das herausfinden. Wenn, wenn ihr es auch wissen wollt, dann lasst doch mal einen fetten Daumen hoch da, seid Abonnent meines Kanals und schreibt vielleicht eure Theorien in die Kommentare und, äh, ja, schaut auf meinen Discord-Server vorbei, der wird sich bald umändern in ein etwas coolem. Ähm, und ja, haut da rein und ciao, Leute.